Also, ich bin Leonie, ich arbeite beim Danner Musikinstrumente da in Linz. Ich bin 19 Jahre alt, ja. Ich mache eine Lehre als Einzelhandelskauffrau in der Musikbranche. Wir sind grundsätzlich in alle Bereiche ein bisschen tätig. Sicher hat sich jeder so ein bisschen spezialisiert auf etwas. Ich verkaufe recht gerne die Gitarren und Blockflöten. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich voll gerne etwas mit Leid mache, weil ich mich das voll glücklich mache, wenn ich dann siehe nach dem Verkauf. Die Leute gehen ganz zufrieden raus, denen taugt es und ich einfach voll gerne mit Leid rede. Das Schöne an dem Beruf ist einfach, weil man so viel Abwechslung hat. Man geht ein in die Firma und es ist kein Tag gleich wie der andere. Und einfach der Austausch auch mit den Kunden. Es ist gerade in der Musikbranche, der eine spielt das Instrument, der andere das. Und man kann sich so viel austauschen mit den Kunden auch. Und gerade bei kleinen Kindern oder generell bei Kindern finde ich das, wenn die das erste Musikinstrument kriegen, die freuen sich so viel und das macht mich so glücklich. Und Herausforderungen sind teilweise, wenn wer etwas zurückbringt, dass man da richtig damit umgeht. Genau, das ist nur eine kleine Herausforderung, aber die werden wir auch noch meistern. Mit zeichnet aus, dass ich mit sehr viel Geduld an die Sachen trage und meine Fachkenntnis. Ich werde verkaufen eine Konzertgitarre und an dem Produkt gefällt mir, dass man es einfach so vielseitig einsetzen kann. Sie wird eingesetzt in der Freizeit für Spünde und sie wird aber eingesetzt im Pädagogenbereich, im Kindergarten, in der Grabelgruppe, in so viele verschiedene Sachen und man kann sie einfach so vielfältig verwenden und das taugt mir an dem Produkt.